Der Prolog von Ochrit vom 29. Dezember Gedenken Die 14.000 Kinder von Bethlehem Als die Magier aus dem Osten nicht von Bethlehem nach Jerusalem zurückkehrten, um Herodes über den neugeborenen König Kunde zu geben und stattdessen auf Geheiß des Engels auf einen anderen Weg in ihre Heimat zogen, wurde Herodes wütend wie ein wildes Tier und befahl alle Kinder in Bethlehem und Umgebung im Alter bis zu zwei Jahren zu töten. Dieser schreckliche Befehl des Königs wurde buchstabengetreu ausgeführt. Seine Soldaten enthaupteten Kinder mit dem Schwert, andere schlugen sie gegen Steine, zertraten oder erwürgten sie eigenhändig. Und die Schreie und Klagen der Mütter erhoben sich zum Himmel. Geschrei und bitteres Weinen, Rahel weint um ihre Kinder. Jeremia 31, Vers 15 und Matthäus 2, Vers 18, wie prophezeit worden war. Dieses Verbrechen an der großen Zahl unschuldiger Kinder geschah ein Jahr nach der Geburt Christi, als Herodes das göttliche Kind suchte. Er fragte Zacharias nach seinem Sohn Johannes, um ihn zu töten, denn er dachte natürlich, Johannes sei der neue König. Als Zacharias ihm Johannes nicht übergab, wurde er im Tempel auf Befehl von Herodes getötet. Der heilige Simeon, der Gottesträger, wäre bald nach der Begegnung im Tempel ebenfalls ermordet worden, wenn dieser nicht schon in Gott entschlafen wäre. Nachdem Herodes die Kinder von Bethlehem ermordet hatte, ging Herodes gegen die Ältesten der Hebräer los, die ihm kundgetan hatten, wo der Messias geboren werden sollte. Er tötete Hirkanes, den Hohenpriester, und 70 Älteste des Sanhedrin. So kamen jene, die gegenüber Herodes ihr Einverständnis mit der Ermordung des neugeborenen Christuskönigs bekundet hatten, zu einem bösen Ende. Danach ermordete Herodes seinen Bruder, seine Schwester, seine Frau und drei Söhne. Schließlich kam Gottes Strafe über ihn. Er begann zu zittern, seine Beine schwollen an, der untere Bereich seines Leibes foulte, und Würmer kamen aus den Wunden. Seine Nase war verstopft, und ein unerträglicher Gestank ging von ihm aus. Vor seinem letzten Atemzug erinnerte er sich daran, dass es viele im Gefängnis eingesperrte Hebräer gab, und er befahl, sie alle zu töten, damit sie sich nicht an seinem Tod freuen konnten. So gab dieser schreckliche Herrscher seine unmenschliche Seele auf und übergab sie dem Teufel zum ewigen Besitz. Der gottgeweihte Markelos stammte aus Apamea in Syrien. Er war Abt der Gemeinschaft der Schlaflosen in Konstantinopel. Er war hellsichtig, war ein Heiler und großer Wundertäter. Er sprach mit Engeln, besiegte mit Leichtigkeit Dämonen und trieb sie aus. Nach seinem Tod erschien Markelos dem heiligen Lukian, einem Mitglied seiner Gemeinschaft, und sagte Lukian, dass er Gott gebeten habe, ihn bald ins Himmelreich aufzunehmen. Dieser heilige und gerechte Mann entschlief in Frieden im Jahr 486. Die gottgeweihten Mark der Totengräber und Theophil der Weinende Mark und Theophil waren Mönche des Klösters der Kiewer Höhlen. Der heilige Mark besaß Gnade in solch reichem Maß, dass er den Toten gebot, und sie gehorchten ihm. Mark sagte zu einem toten Mönch, der schon gewaschen war und über den der Totengottesdienst gelesen worden war, Warte bis morgen, Bruder, denn dein Grab ist noch nicht fertig. Und der Mönch öffnete seine Augen und blieb bis zum folgenden Tag am Leben. Theophil weinte ständig wegen seiner Sünden und er fing die Tränen, die er vergoss, in einem Becken auf. Vor seinem Tod erschien ihm ein Engel und zeigte ihm ein größeres Becken mit Tränen gefüllt. Dies waren Theophils Tränen, die auf den Boden gefallen waren oder mit seiner Hand fortgewischt wurden oder auf seinem Gesicht getrocknet waren. So sind auch im Himmel all unsere Tränen bekannt und aufbewahrt, wie auch unsere Leiden, Mühen und Seufzer um unserer Rettung willen. Diese heiligen Diener Gottes entschliefen im 11. Jahrhundert und gingen ein in das Reich Christi. Lobeshymne Die 14.000 Kinder von Bethlehem Eine Stimme in Rama war zu hören und viel weinen und trauernde Mütter schrien zu Gott. Im Blut lagen die geschlachteten Kinder und über ihnen klagten die Mütter voll Schmerz. Die Stadt Davids und die umliegenden Regionen klagten. Der Himmel war entsetzt über die Missetat der Menschen. Der Himmel und die Erde waren entsetzt und bebten. Als die Schreie der Unschuldigen die Luft durchschnitten, der Schlag für den Sohn Gottes bestimmt, fiel mit seinem Gewicht auf die unschuldigen Kinder. Auf Junge und Hilflose im gleichen Alter wie Christus. Die Knechte des verruchten Königs schlugen zu, wo die Engel Gottes sangen, und Christi hörten demütig knieten, dort floss nun ein Blutschwall. Warum? Damit Herodes stets der Erste sei. Kaum erschien der ewige Arzt auf der Erde, da offenbarte die Erde sogleich ihre Wunden und Sünden und zeigte, wie krank die Menschheit war und wie notwendig die Heilung vom Himmel ist. Doch den jungen Vorläufern seiner Leiden gewährte Christus die ewige Freude des Paradieses. Betrachtung Eine Geschichte über die allreine Jungfrau Maria. Sie empfing den Herrn Jesus an einem Freitag und gebar ihn am ersten Tag der Woche. Über diesen Tag der Woche sprach Gott, es werde Licht. Genesis 1, Vers 3 An diesem Tag fiel Manna vom Himmel, an diesem Tag wurde unser Herr und Erlöser geboren und an diesem Tag im Jordan getauft. Es lebte in Bethlehem zu jener Zeit eine Greisin namens Salome, eine Verwandte von Josef und Maria. Sie konnte ihre Verwandten nicht zu sich ins Haus aufnehmen, sondern besuchte sie in der Höhle der Hürden. Als die allheilige Jungfrau den Herrn und Erlöser unbefleckt geboren hatte, kam Salome zu ihr, zu Besuch und war erstaunt darüber, dass solch ein junges Mädchen ohne Hilfe einer Hebamme hätte gebären und das Kind hätte wickeln können und immer noch auf den Beinen war. Als sie Salome erklärte, dass diese Geburt von Gott kam und nicht von Menschen, dass sie unbefleckt und ohne Schmerz geschehen war und die jungfräuliche Mutter auch nach der Geburt Jungfrau geblieben war, wie zuvor, da glaubte Salome dies nicht, sondern streckte ihre Hand aus, um wie eine Hebamme den allheiligen Leib der Jungfrau zu untersuchen, ob dies so sei. Sie wurde für ihren Unglauben und ihre Unverschämtheit bestraft. Ihre Hand wurde geschlagen und verwelkte. Die alte Frau war dadurch sehr erschrocken und brach in Klagen über ihre verwelkte Hand aus. Als sie dann das göttliche Kind berührte, wurde sie wieder gesund und Salome glaubte an die Jungfräulichkeit der allheiligen Jungfrau Maria und die Göttlichkeit Christi. Nach 40 Tagen, als dem Brauch gemäß die allreine Jungfrau mit dem Kind zum Tempel nach Jerusalem kam, stellte sie der hohe Priester Zacharias an die Stelle, die für Jungfrauen vorbehalten war. Die Pharisäer und Priester waren darüber erstaunt und wollten sie an die Stelle für verheiratete Frauen weisen. Doch Zacharias, mit Hellsichtigkeit begabt, bestand darauf, dass sie eine Jungfrau sei, obgleich sie geboren hatte. Deswegen hassten ihn die jüdischen Ältesten und gaben Herodes den Rat, ihn zu töten. Sofort nach Verlassen des Tempels verließen die Mutter Gottes und Josef Jerusalem und begaben sich nach Nazareth und dann nach Ägypten. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Versammlung, den Chor der heiligen Hierarchien und Kirchenlehrer. Wie sie voller Eifer das Evangelium predigten und Hürden der Herde Christi waren. Wie sie den Glauben mit Frömmigkeit befestigten und die Heresie überwanden. Wie sie jetzt im Reich Christi singen und uns durch ihre Gebete helfen. Homilie über die allheilige Jungfrau und Mutter Gottes Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele drehen. Lukas 2, Vers 35 Wer auf dieser Erde kann der geduldigen Langmut des Herrn im Leiden nahe kommen, außer seiner allheiligen Mutter? Der Altvater Simeon, geschmückt mit dem Alter wie ein weißer Schwan, sah als Prophet ihr zukünftiges Leiden voraus und verglich dieses Leiden mit einem Schwert in ihrer Seele. Ein Schwert ging durch ihre Seele, als der gerechte Josef Zweifel an ihr hegte während ihrer Schwangerschaft. Und ein anderes, als sie nach Ägypten vor Herodes Schwert fliehen musste. Und ein drittes und ein viertes und viele, viele andere, als sie den Hass und die Intrigen der jüdischen Ältesten gegen ihren Sohn sah. Tag für Tag, während der ganzen Zeit seiner Predigt und seiner wundervollen Werke unter den Menschen. Doch das schärfste Schwert durchstach ihr Herz, als sie neben dem Kreuz ihres Sohnes und Herren stand. Dieses Kreuz war jenes, das der heilige Altvater Simeon vorhergesehen und wovon er gesprochen hatte. Ihr Schweigen war majestätisch und bewegend. Ein Schweigen, hinter dem sie wie hinter einem Vorhang all ihren Schmerz verbarg. All die Wunden in ihrem Herzen. In der Dunkelheit leuchtete all der Schmerz, den sie in ihrem allerreinsten Herzen angesammelt hatte. Und als eine unauslöschliche Flamme des Glaubens und der Hoffnung auf Gott und der Hingabe an ihn. Die magt Gottes unvergleichlich in ihrem Adel. Sie hatte ihren Ort im Plan Gottes für die Rettung der Menschen gesehen. Sie hatte über sich selbst in den Propheten gelesen. Sie hatte mit Engeln den Boten Gottes gesprochen. Daher wusste sie, dass alles, was über sie kam, Freude oder Schmerz von Gott kam. Und daher geriet sie niemals in einen Taumel der Freude, noch murrte sie in ihrem Schmerz. Sie blieb schweigsam mit einem Ja im Herzen. O allerheiligste Jungfrau, Mutter Gottes, hilf uns, dass auch wir, wie du es warst, dem Willen Gottes gehorsam sind. Deinem Sohn und Herrn und dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.